Juhu, so, machen wir mal heute mal einen Schritt. Jawohl. Und es lädt ein wenig weiter. So. So, mal komm. Es lädt und lädt, es lädt und wo lädt es denn hin? Mmh, mmh. Oh, ja. Do-do-do-do. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Hm. Das hat sich ja voll abgesetzt hier. Ist ja komisch. Ich trinke gerade so ein allgehoholfrei hier, Naturtrieb. Denk ist aber, das ist aber dünn. Das hat sich die Scheiß abgesetzt. So, also, pass auf. Wir warnen ja, äh, die gibt sich nach Meridian. Ach, nee. Hier wollten wir erstmal hinlaufen, wa? Oder wie? Ist zumindest markiert. Was wollten wir denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ah, was haben wir denn da? Ach so, ein Bung nützt es nicht. Wir brauchen mehr Bung, ne? Gut, na, schauen wir mal, was uns erwartet. Wie lange müssen wir hier warten? So, gucken wir mal, wa? Äh, was hatte ich denn eigentlich? Was wollte ich denn hier machen? Wie gibt es schon mal? Wie war das das? Oder was? Da sind wir ja schon. Ach ja, genau. Die Hauptstadt, mhm, mhm. Äh, blubb. Ja, das passt denn schon, ne? Das passt dann schon. Hier kostet mich gute Schärf. Ach, jetzt erinnere ich mich. Stimmt, wir waren ja schon da gewesen. Und ich wollte mich dann ein bisschen umschauen. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt. kündigen meine kunden ihrer verträge irgendwann so wir können wir hier kurz schauen so passt immer auf sie mich mal kurz ach ja stimmt die filter haben damit es erst groß ausgegeben hier alles dann ist noch ein bisschen wieder ein bisschen wieder sammeln sag ich mal so jawohl Kriegsbogen auch nicht schlicht Schattenkriegsbogen auch nicht schlecht hier leider wir wollen wir mal gucken hier alles so gehen wir mal hin meine Aufgabe ist das Wache zu halten es soll zu unserer Sicherheit sein erzählt das mal meinen Kunden falls Maschinen oder Wandel ja weil alle schön Wache gestanden hier Gucken wir mal es ist halt jetzt dünn mein Ding hier aber egal ist halt so hier war man glaube ich schon mal gewesen bei dieser Kiste hier hmmm 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 Sie sind so laut L accent hmmm hmmm schicke Migi hier euer ortslöter schicke Migi mhm soauen wir ihn ja hey Der sieht nicht gerade glücklich aus. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkamp-Pass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Eloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Jo. Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist dein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Erend, heißt es. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte. Jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Warum ich hier bin? Deine Schwester? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Gielt mich auf kurz. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Hm. Ich habe dich selbst zu bemitleiden. Ich habe auch jemanden verloren. Ich habe auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja. Wie kommt das? Äh, was soll's. Du wolltest etwas mit mir besprechen? Warum ich hier bin? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosion. Oben. Auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich. Wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Hm. Olen? Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein. Ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... Das... Du musst das nicht verstehen, Ernd. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Strott und Beligten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Äh... Zeit zu Olens Wunum zu gehen. Jawohl. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay. Dann komm. Okay. Jetzt will ich mich noch ein wenig umschauen hier. Achso, in der Logo gehen wir ja eh gerade lang. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Pff. Okay. Das Mädchen. Ist sie eine Notar? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich leben in die Stadt. Wie lange noch will er sich in seinem Palast verstecken? Blut für Blut. Rache für Erza. Wie lange noch will er sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erren. Du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester. Ermordet. Und ihr Tod. Ungesügt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz. Und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Jawohl. Verschwindet hier. Oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Erzas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Hm. Der Loser höre ich ja. Was ist denn mit dem Weißblut heute? Da kommt er einer zum Vorschein. Okay. Wie kommen wir da rein? Oh. Das war... Subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Äh. Außer dieser Tür. Das alles? Für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Mhm, mhm, mhm. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mhm, mhm, mhm. Mal sehen, was darunter ist. Versteckt bestimmt, ja? Oh ja. Wie kommt das hier her? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Oseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Eine Oseram-Luke. Äh, Abdeckung meist aufgearbeitet und verstärkt. Okay. Eine Oseram-Luke. Finde einen Weg, die Luke aufzubrechen. Ah noch. Lass mich erst mal auf. Hochgucken, ne? Gucken wir erst mal hoch, oder was? Warte mal, da kommen wir her. Hätt mal da zumachen können die Tür, ne? Naja, egal. Gucken wir mal auf. Nein, nein. Das machen wir schon so. Lass mich mal schauen hier, Junge. Hier, was ist denn das? Familienporträt. Gelbterstoff mit Oger, Insekten, Pigmenten gemalt. Gemalt. Zeigt eine Familie. Ja, okay. Mhm. Mh, mh. Okay. Können wir vielleicht aber Eisbüldern, oder was? Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Primidiv eingeschmolzene Metalle in Blöcke. Gossen insgesamt von beträchtlichem Gewicht. Finde eine Weg, Luke und es suchen den Haufen Bahn. Sieh groß und schwer aus, der Feld. Nur ein kleiner Schubser. Kleiner Schubsone, ich weiß ja nicht, du. Bäm, jawohl. Die Luke ist auch, würde ich sagen. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ha, ha, ha. Kannst du das sagen, da war ein Beben. Okay, also Luke rein. Da kommen wir, Luke. Tudelüt. Was ist denn jetzt hier mit diesen? Komisch, verstehe ich nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder mal heute. Naja, muss jetzt egal sein. Ob es auch das gibt noch hier. Zack, da wollen wir mal rin. Was haben wir hier? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Mhm. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Tagebuch. Tagebuch. Kann man aber lesen, oder was? Ah ja. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller... Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Tagebuchanzeige. Nö, da habt ihr wieder tausend Seiten hier, da wisst ihr Bescheid. Pff. Braucht man nicht. So. Karte. Karte. Äh, zwei... Äh, Darstellung. Eingewürzte... Richtungsangaben... Umsetzung. Okay. Und, was machen wir da jetzt Hübsches? Ah, jetzt. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Er sucht ja seine Familie, ne? Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen. Gelüfen. Und die Sachen, die du siehst. Wie machst du das? Ah ja, mit dem Ding am Ohr, ne? Äh, ich sollte gehen. Ich sehe Dinge mit dem Fuß. Der Fokus, er... zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin. Ja, ich glaube, so war es. Soll die gehen, ne? Soll die gehen, ne? Hm, okay. Jo, soll die gehen. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersha getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkernpass, wo man Ershas Leiche fand. Und warte auf dich. Ich brauche den Fokus, nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkamppass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, also wir sollten jetzt zum Rotkamppass, nehme ich an, ne? Erfinder-Olin bei Ausgrabungsstätte. Das ist ein bisschen näher hier. So, dann haben wir ja hier noch... Das brauchen wir ja noch nicht machen hier. Auf Träger, das wollten wir glaube ich auch nicht machen hier, ne, oder? Liedlich Schnappmaul. Ja, das war auch ein bisschen sehr ätzend, das Schnappmaul, muss ich sagen. Bisschen ätzend. Das ist jetzt eigentlich bloß noch... Das ist nicht so wichtig hier. Im Moment ist es jetzt noch, ähm... Wir machen mal das mit diesen Ohlen. Warte mal. Hier, genau. Aktiv. Ja, das haben wir ja eben gerade, genau. Und dann können wir zu diesen anderen gehen. Und geht er jetzt hin? Hallo, wo gehst du denn hin? Also ich gehe weiter. Ja. Das ist mit der auch fern hier, dass wir seine Bude gut gemacht haben, hey. Der dreht mir ein Holz, oh mei. Hier ist irgendein Quest. Gucken wir mal hier lang. Händler entdeckt, jawohl. Moment mal, hier komme ich denn hier lang, leider. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Bruder, kannst du mir helfen? Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Dieb? Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolpert über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauens. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an denen. Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der zwölfte Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkarja in Sonnenfall gestrandet ist. Der Neffe? Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot. Mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Hm. Ich werde dies nur suchen. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay. Jo, da haben wir eine neue Quest hier. Moment mal, hier war da auch noch irgendwo was, ne? Hier drübe. Oh, hier? Oh, hier? Schicki Mingi hier, ey. Sieh dir mal diese Wagen an. Immer konzentriert, immer wach. Sieh dich doch mal ohne. Ich mach dir einen guten Preis. Sieh dir mal gucken, wie immer lang kommen hier. Robust? Weitere sonnlose Tage. Robust? Weit gereist. Oh ja, ich möchte mit dir reden. Mir tut es leid, was den Nora zugestoßen ist. Aber es geht uns schließlich auch nichts an, oder? Wir haben schon genug Sorgen. Die Türen sind ja zu, ja. Hä. Das ist auch ein Orkest. Oh, das ist so, ja. Gut, die hat gesungen, gesungen wird hier. Vielleicht, weil es dunkel ist, wachen die die Türen nicht auf, oder was? Ah, sei, ne? Du da, Fremde. Handelst du mit Relikten? Nee. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Mann, ich will aber jetzt nicht, ich will hier mal hochfupfen. Ich will ja keine Handel mit dir, so. Komisch. Entschuldigung, Fremde. Ich suche nach Banuk-Artefakt. Guck mal her, was müsst ihr denn von mir? Schmutziger, kleiner Korb. Pff. Ein schmutziger Korb. Ein schmutziger Korb. Mach mal rein. Ja. Ein schmutziger Korb. Ja. Ich muss das jetzt nicht. Das ist der Grund, welches die die Seele? Ich muss einem schmutziger durch. Ja, ich muss selber schmeißen, Ich muss doch noch rein. Tagkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Hey da, Fremde! Ich bin Willgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Gute Schaben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Äh, ich, ich meinte nur, eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuks sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Die Banuk? Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur. Im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Bist du ein Händler? Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Äh, ähm. Na gut. Eher ein Opportunist. Kind. Äh, Mädchen. Ähm. Jägerin. Pff. Die Welt steckt voller Gelegenheiten. Und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut. Ich bin eher ein Spieler. Schicke Augenklappe. Erzähl mir mehr über deine... ...über dieses Gerücht. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Haha. Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banouk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum... ...streicheln, nutzen, vorsingen? Wenn das stimmt, und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre. Für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind. Man muss sehen, wo man bleibt. Jawohl. Was möchtest du? Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banouk-Landes. ...unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den wilden Osten. Äh, den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen. Na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Hm, hm, hm. Okay. So, noch Bankenduk-Lacker. Okay. Oh, 3.000. 573 Meter oder Schritte, wie auch immer. So, da war ja aber hier noch irgendwo so ein Quest. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Und ansonsten dürfte es hier... Wo ist ein Dom? Ach, da. Da können wir mal... Hier ist aber noch ein Quest. Ach, nee. Quatsch, ist was anderes. Mal gucken, dass wir hier irgendwie, ähm... Wer verkauft mir seine Dienste? Ich stelle keinerlei Fragen. Hinkommen hier. Was ist denn hier überhaupt noch Hübsches? Party oder was? Also, ich glaube, der Weißboot funktioniert wieder mal nicht. Ach, ist ja egal. Manchmal spinnt das einfach irgendwie, ne? Wie ist so das Gefühl? Ui, wieder ein Musik hier. Das ist die Jäger-Lunch. Nur Mitglieder und geladene Gäste dürfen hinein. Wie wird man eingeladen? Du kommst ganz aus dem wilden Osten, nicht? Dann hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. In jedem finden Jagdprüfungen statt. Wenn du eine bestehst, kriegst du ein Abzeichen. Die Halbsonne. Mit dreien ist fort mit dir. Hm, okay, ja, ja, genau. Das war ja diese Quest, aber die... ...wollte man ja noch nicht machen. Gucken wir mal hier oben nach der Stelle. Hm. Und das ist jetzt die Frage. Guck mal wie rein. Hm. Guck mal nach oben. Ich gucke dir wieder raus. jemals ach so okay jetzt konnte war das muss ich ja da unten lang oder nichts alles überbleiben hier du bist nur ich bin der traurige namen wir uns so treffen wie denn in trauer du trägst sie mit dir wie einen talisman warte vergib mir du willst keine wiedergutmachung für ein opfer im sonnenring nein ich weiß von den raubzügen doch die kater schulden mir nichts ich verstehe ich könnte die hilfe einer willen starken fremden brauchen und dann würde ich dir einiges schulden diese leute wollen verstorbene ehren gefallen auf ihre art nicht mithilfe von kajariten und kajar stein doch es gibt hindernisse und während meridian gespannt den atem anhält fessel mich meine gewänder die gewinne rissen ihn rituale normalen rituale und gebiete bringen niemanden zurück nein aber sie helfen trauernden sich zu finden sie können kraft geben hoffnung wie die sonne warum soll eine fremde helfen ich dachte nicht dass ihr priester fremde um hilfe bittet versenke die sonne nur unseren stolz bis dies nicht getan ist bin ich kein priester mehr ich habe mir die rote robe lang ersehnt ein wunschtraum doch das gewand macht uns blind wir flüstern versöhnung und vergessen dabei dass die priester des alten königs die morde segneten die morde die roten raubzüge ja und die opferung die noch folgen warum ließen die priester das blut vergießen denn zu manchmal ist uns kajar die tradition wichtiger als das was richtig ist das haben die kajar und nora wohl gemeinsam neue sonnbrüste du bist enttäuscht von den sonnenpriestern wolltest aber einer werden ich habe immer zum tempel auf gesehen die stimme meines bruders schalt noch in selbst er drang nicht zu mir durch wer es auch versuchte am ende er sagte als man uns schätzte färbte zinnober unsere roben jetzt sind sie vom blut gefärbt wie das die roben werden weitergereicht die meisten alten priester flohen vor dem glanz einer neuen sonne und so tragen die ihre sünden und ich trage schwer an ihnen wo ist dein bruder jetzt er wartet am fahrt der sonne auf mich hoffe ich er sprach sich gegen die opferungen aus als priester der den sonnenkönig anzweifelt wurde er hart bestraft du hast auch jemanden verloren mein beileid nein nicht verloren als ich die robe anzog fand ich sein vermächtnis ich bin mir eben schnell wo wir zunächst nicht als ich vorbei bin und jetzt kommt nicht mehr um auch wie ich Ich bininteig ever. Ich bin ein paar Dinge zu schünen. Ich bin nicht mehr als ich ihn mitgegen- Ich bin ein paar yager, weil ich kann euch sagen. Ich bin nicht mehr als ich von mir jetzt bin ich bin, oder ich kann euch das kein Problem. Ich bin ja, ich bin nicht mehr als ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie kann ich helfen? Was kann ich tun, um zu helfen? Der erste Pilger ist ein Oseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hinein lässt. Diese Uteru verlor ihre Gefährtin beim Heiden an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht grau hab ich da an. Also, zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Mhm. Na ja, gut, okay. Hm, hat man den doch nicht sicher? Ich glaube, ne? Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehren ehrt uns alle. Nur ihr wisst, was soll man da machen? Begibt sich's im Sonnensteig, begibt sich's im Seeschrei, begibt sich's im Königsschrei. Mach ich so viel Scheiß auf einmal. Ah, siebes Schrei, das hab ich eigentlich noch mal verlöppelt, wenn ich fragen darf. Ach, 21 sind wir schon. Guck mal an, ey, guck mal an, hey. Uh, schön hier. Haben wir ja einen weinen Weg hinter uns gehabt. Hinter uns einen weiten Weg. Guck mal, so viel ist das ja gar nicht, wenn du so guckst. Geh's ja nur noch hier, so ein bisschen da. haben wir ja doch schon ganz schön aufgedeckt dann ist noch so ein ding hier und hier unten und da sind noch 123 langhälse das hatten wir ja hier schon was ist das denn überhaupt hier ach das weiß ich nicht glaube ich kommt keine ahnung jo da haben wir jetzt auf alle fälle viele 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 quests viele 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 quests oder mal gucken wir mal was ist denn jetzt ein bisschen näher dran dass wir jetzt mit dem ding das gleich machen mit den oder ist das ist mit dem boden hier ach du leckst mich weil es ist ja ewig weit meine wort schon mal ewig weit leider war hier können wir erst mal das andere machen wir können ja erst einmal hier oder mann eben questet man hier das haben wir doch hier heroinen untersuchen den tarot da machen wir das erst mal dann haben wir das hier noch oder so oder hier haben wir ja irgendwie die luna oder mal aufträge blablabla ja einfach was mal das hier so okay ist ja nicht weit außen hier lagerfeuer irgendwo ne mhm ok das ist eine vorratskiste haben wir hier noch ich glaube die vorratskiste hier ich kann mir nicht vorstellen dass ihre meinung jetzt nach all den ändern auch das lagerfeuer können wir schauen wir können auch zimmer drücke wir bezahlen für die exzesse des verhüllten sonnenkönig ich habe die nase voll von der arbeit mit gehör woanders lang ich habe letzte nach zwei wegen ordnungsbedürflichkeiten festgenommen oh was ist das jetzt von musik aufgelegt hier du hast den einbrecher fliehen sehen ich stand mit dem rücken zur mauer ich dachte nicht dass wer zum fenster rausklettert er war grau gekleidet und hatte das schwert mehr weiß ich nicht bei der sonne mir blieb fast das herz stehen hm 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 ich suche den tatort meine wasser dort dort hier vorne nutstropfen die von hier wegführen ok ja toll, da komme ich nicht hinein, warte mal da brauchen wir ein fensterglas, holz ursprung bekannt ist auch noch irgendwas arbeitsreiche tage und ruhige nächte folge der blutspur, warte mal, die gattetze da lang, ah, da lang müssen wir, ok, momentan mal das ist mir hier wahrscheinlich lang, oder? oder? ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen die ganze Stadt lebt, jawohl die ganze Stadt lebt, jawohl die ganze Stadt lebt, jawohl der Dieb hat sich schlimm geschnitten oh du suchst nach Artefakten? ja, aber nicht für Profit Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk ich arbeite für sie suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat Bahn Ur ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert hmm Holzfiguren erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren es sind grobe Holz-Skulpturen von Anak der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Bahn Ur verbannt wurde er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten die ihn an seine Heimat erinnerten später stellte man seine Unschuld fest jetzt zieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück ich tue, was ich kann, um zu helfen ich werde sie dir abkaufen wenn du welche hast hm, das tut auch noch nicht hab ich Holzfiguren hab fertig? lass uns handeln hm ich hab kein Holzfiguren komm, mir die Holz anbieten hohoho reinholst tausend Dateien da kannst du ja da holst du dich oder schnitzel wenn du willst pfff hm 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 Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Katscher leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Hm. Naja, denn. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Hm. Ich hab aber keine Banuk-Relikte. Irgendwie gehen wir weiter hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. All die haben doch gerade miteinander geplaudert. Jetzt aber gut, hm? Ist dir jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja. Er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet. Vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich hab also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Hm. Okay. Ja, rannte die Treppe runter. Und, ähm... Geht zum Fuß der Treppe. Genau. Ich könnte hier ewig sitzen. Ja, ewig könnte ich hier sitzen. Ich bin mal nicht schlafen, Mist mal. Wenn der DIV hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Genau. Nicht drückwärts. Immer vorwärts bleiben. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Hm. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand. Ja. Er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Ball und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Lift? Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand. Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Hm. Hm. Ach mein, äh, Moment mal. Gleich wieder da. Pffst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lagerfeuer entdeckt und hier wieder tausend West hier. Maridinendorf, Siedlung entdeckt, jawohl. Wie weit fahren wir denn noch? Mein Aussehörer-Mädchen hat sich neulich bei der Stadtwache beworben. Endlich sind wir da. Hallöchen, Chris, grüßt euch. Geht's, wie steht's? Jetzt kommen da alle, sagt er mal. Jetzt, wo ich nimmer lang mach, Leute. Pff. Ach so, warte mal da, oder da, oder da. Gehen wir erstmal da hin. Okay, wäre dann noch ein Gumbel Sweetest Demon, oder geht er auch mit eigenfolgen, oder weiter mit... Ja, wie du willst, Expressen. Ich kann ja, ähm... Ah! Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Anscheinend. Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Im Schlaf gucken, ich sag aber schon mal. Die Bürger. Mit der muss ich plaudern, oder was? Ne, mit der muss ich plaudern, oder? Warte mal. Doch! Oh, gut, danke. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Bisschen blatt. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Hm, was für Maschinen? Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und das waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Hm, mehr Anwesen des Vaters? Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich gehe zum Anwesen. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Hm, das habe ich schon oft gemerkt. So, tausend Quests hier wieder, Leute. Tausend Quests hier, ne. Sag ich mal so. Aber wir machen ja hier erstmal das hier. Und, äh, da war aber hier auch noch was gewesen. Warte mal, das ist jetzt das hier. Ach so, dann war das hier oben irgendwo. Hier oben. Jo, Expressant. Geh zu. Na ja, denn. Also, ich bin auch ein bisschen blatt heute. Äh. Die Magendämmerung. Sie sieht jeden Tag anders aus. Voll lauter Arbeit und sowas. Aber na ja, das vergeht ja alles wieder, oder? Aber ich wollte mal ein bisschen zocken heute. Bisschen zumindest. Oh, Weißboot. Oh, Weißboot. Mal gut. Oh, Weißboot. Mal gut. Mein Weißboot geht wieder mal nicht heute. Ich weiß nicht, was da immer los ist. Keine Ahnung. So, wo ist denn jetzt hier das Quest hier? Schauen wir mal eben. Ein paar Minuten machst du aber noch, gell? Dass ihr nicht gar umsonst jetzt hier angekommen seid. Händler entdeckt. Warte mal, habt ihr ein wenig? Hochwertige Waren. Fährt. Tränke oder so im Geschmach? Habt ihr das sowas anzypiden hier? Hm. Mh. Mh. Firmadreise. Share Bin. Ach, 500. Ach, nö, sie haben noch. Guck mal. 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 Und verliess die Tasche. Jawoll. Perfekt. Also ich verliess. Waren sondern lebensnotwendige Dinge. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Kauf einfach das, was du brauchst. Hier gibt's nur die besten Waren. Ach, hier. Bessere Waren sondern lebensnotwendige Dinge. Metallankauf. Gute Preise. Faire Preise. Verbrochen. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Und habt ihr's auch schön warm? Wie gesagt. Das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne. Spuck dir nicht in die Hände. Jägerin. Ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Eine Langbeinlinse. Eine Langbein will ich aber nicht killen. Ah! Warte mal. Langbein. Warte mal. Langhals. Ne. Langhals ist sie die anderen. Genau. Okay. Welches Teil wohl dir? Also was? Ähm. Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall rein hämmern. Hm? Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Hm? Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Pst. Jo. Also bei uns hat es heute nicht geregnet. Schön warm. Geregnet hat es. Moment mal. Ich glaube vor zwei Tagen war das mal. Genau. Ich stehe hier. Äh. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit. Dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Nur auch gute, altmodische, einfach... Oh ja. Einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug. Genug. Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah. Es ist deine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Wie ich schon zu Beginn sagte Ranin. Sag... Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Langbein, Schnappmaull, nur wunderbar. Der Hitler will was anderes. Ah, bei mir war es zu warm. Ja, heute war es auch wieder sehr warm. Gestern auch schon. Hm. Naja. Gott soll's, ne? Ist halt Sommer und da müssen wir durch hier los. Oh mein Kater, der ist aber... Da schmilzt er hin mit seinem Fell. Aha. Der spinnt aber um. Zerkratzt mich immer. So. Ziemes von Schrauben, das ist er. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse. Was sagst du? Ich hab sie verjagt. Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jetzt stimmt auch noch warum. Jäger, Wühler. Bringt uns euer Metall. So, also die wollen, äh... Schnappmaul und eine... Langbein, her, zieh den Händler zurück, liefere die Maschinenteile ab. Haben wir's wohl schon. 25 Grad, dazu noch windig, nur siehst du, hey. Fühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Das war abgemacht. Ich werbe Kunden, du machst das Zählen. Was heißt hier abgemacht? Ich beschwere mich nicht über dein Zählen. Du wirst uns bereuen, wie lange gedauert. Es ginge viel schneller, wenn du mit dem Gebrüll aufhören würdest. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Du solltest deine Vorreiter aufstoppen, bevor du Wachter ziehst. Aber es ist anständige Arbeit. Das Bewachen der Stadt. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Hm. Kauf einfach das, was du brauchst. Hm? Angebote und Nachfrage? Haben wir das wohl schon gemacht? Hm. Moment mal. So verlaute Orqueste hier. Mal blicken gar nicht mehr durch hier. Nee, das ist es nicht. Ähm. Ach, Mensch. Da, 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 da. Das ist das dann hier. Ach, hier ist es jetzt. Okay. Haben wir ja schon das Zeug. Okay, 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 okay. die zwei hübschen hier so ich habe eine ich habe beide teile ich habe die der wilde langbein haben ich habe hier eine langbein linse du hast mir nicht nur metall gebracht sondern auch freude ich wünschte ich könnte dir mehr bezahlen würdest du gute teile statt hand kaufen könntest du es dir leisten denkt doch mal über die börse hinaus sie sind nützlich das auge und das herz fühlt es was ist mit einem magen der knot du hast noch genug zu zu setzen was nein ein trauma die hören nicht habe ich als kind mal ein langbein verfolgt was nein ein trauma würde wenigstens die also das haben jetzt eigentlich abgeschlossen war da will die andere linse nummer haben da wird das so sein dann ist das wahrscheinlich jetzt so ich denke mal das wird schon passen es ist jetzt hätte sie jetzt nur angezeigt das ist hier jetzt gibt es zur wassermühle da wird mir eigentlich noch hinwandern zur wassermühle neben dem quatsch aktivieren wenig wäre schon schön aber zum glück aber ist hier wenn die leidon ja freilich hat ich als kind mal ein langbein verfolgt was nein ein rot haben wir noch heute schauen wir eben aufs handy ich denke das zeigt es mir auch an der einzige menschenverstand ich ich bin von adligem blut alltägliches lehnen wir ab bei der waffenruhe halte sich sicher um einen trick die schattenkater werden sie brechen sobald es sich nicht mehr genau und ein oder mehr das haus wird er wegfliegen kurz reinschauen kostet doch nicht möchtest du heute gerne etwas kaufen bessere waren findest du nirgendwo rock am ring in deutschland musst du unterbrochen werden terroranschlag bekannt ist bekannt geworden ist ok rock am ring wo ist das rock am ring diese typen die mit maschinen reden lasst dir diese waren nicht entgehen sie wollen aber gucken wie viel grad wir haben wir haben im moment bei uns geht es ja eigentlich laut handy haben wir eins mal das rot kurz reinschauen kostet doch nicht sieh dir mal diese waren an da gab es doch schon vorher warnungen für rock am ring machst du und ich gerade gelesen halt möchtest du heute gerne etwas kaufen so jetzt gehen wir weiter hier verladen rock am ring wo ist das rock am ring die ich doch mal um ich mache dir einen guten preis sieh dir mal diese waren an nach nürnberg ok bereifel das sind keine waren sondern lebensnotwendige dinge macht ihr ein guter was dort jura an uns noch leid dass wir jetzt rüberkommen schwimmen mal jetzt rüber schwimmen mal rüber obela eingeschwerte auf boot äh ja dann gehen wir doch noch warte mal da hätte ich auch noch hingehen konnte 68 km äh schritte scheiße das kann mich ja nicht mal hoch oder nürnberg nicht nürnberg ach nürnberg nürnberg ok nürnberg ok da ist da wo der nürnberg ring ach ok jetzt alles klar oder nürnberg ring ok letztes jahr um diese zeit habe ich zu hause auf meinen ambus eingedroschen letzte saison habe ich auf meinen ambus eingedroschen jawoll nice warte mal 100 meter wie kommen wir denn da jetzt hin leute meine güte lasst mich doch mal durch hier oh leute ich muss mal bei euch auf die köpfe hoppen moment einmal tja das wird halt immer schlimmer das ist halt so ne kannst du nicht ändern so man muss ich mal nicht früh aufstehen also schon früh aber erst im achte rum zack ins feld reingesprungen aber wir wollen ja morgen mal ein bisschen anfangen mit da beziehen mitten durchs feld und jo wieder kurz gut zu tun morse ist halt so ne man will ja auch fertig werden irgendwann moment wo gehen wir denn was ist jetzt hier verstorben leute königliche maislande ok oh ne libelle habt ihr das gesehen genau das hält das leder gut gegerbt was der held ist ja was haben wir hier vorne ein wildschwein hätten wir an sie bieten da warst du schon müssen wir hier was fürs leben wieder einsammeln würde unser lebensvorrat ist aber nicht so günstig ne das ist da also tapezieren geht aber eigentlich relativ schnell wenn man einmal dabei ist allerdings ist es nervig das streiche ich lieber ja streichen muss ich auch noch genau du hast mich anzubieten na dann viel spaß fahr schon mal los ne ich hab ähm hab schon einen guten helfer ne wir müssen erst noch ein bisschen was altes runterruppen und dann neues drauf und dann noch bisschen malern wollen wir auch noch genau naja das wird es schon werden du hast mich anzubieten das wildschwein wie bist du ein jäger oder was mei hier ist ein sturm höchst du hast doch eben gesagt du hattest ein wildschwein an sie bin ach so habe ich gesagt anbieten das ganze ein ach so da ist ein wildschwein an sie bieten genau ne erfahrlich habe ich doch gesagt ja manchmal wissen wir noch mal was man alles erzählt ne ist ja verrückt oder was liegt denn hier durch die gegend blätter blätter oder was ist ja ist ja ich bin ja verrückt dass ich nicht alle gedächtnisverluste habe Kinderf, Mensch. Ein Kinderf. Oh, ein kleiner Durm hier. Da haben wir doch von Weitem schon mal schön gesehen. Man kommt ins Alter, sag ich mal. So, hier, das nehmen wir doch schnell mit hier. Und dann ziehen wir weiter. Jo, perfekt. Hier, das sollt, wie ich mich fühle, oder so ähnlich. Haha, genau. Was sag ich mal, so fühlt, wie ich mich ja jung. Aber manchmal vom Gedächtnis her, hm. Da könnte ich schon vom Alter her passen, ne? Obwohl. Obwohl das dann schon eher älter wäre, denke ich mal. Ey, was ist denn jetzt? Was ist ja ganz neblig hier. Jetzt Schütze, oder was? Oh, ne. Schütze ist auch nicht hier. Oh, leckte sich, ey. Oh, da voll aus Strömen hier. So, jetzt gehen wir mal hin, wo wir hinwollen hier. Was ist denn das Wildschwein überhaupt abgeblieben? Ah, hier vorne. Moment mal. Oh. Das ist schon weit weg, ne? Oder? Bin auch schon in die Küche gegangen, um etwas zu holen. Wieder hab ich vergessen. Ha? Das passiert mir jetzt heute auch. Ich wollte Wäsche aufhängen. Wollte aber auch dann gleich die andere Wäsche mit hohen Ohren wieder abhängen, ne? Sage ich mal so. Geh halt auf den Dachboden. Und dann kurz vorm, vorm Ende des Weges. Oh, das ist aber weites Wildschwein. Dachte ich mir ne blöde, da muss ich halt die neue Wäsche mitnehmen, ne? Ah, herrlich. Naja, da bin ich halt wieder zurückgelaufen. Wäsche geholt. Wieder hoch. Hm. Manche Mal, gell? Versag das Gehirn, sag ich mal so. Pff. Waschbär. Könnte ich auch noch gebrauchen. Jo, ne? Manchmal einfach wie blöd halt, ne? Ist man da mit seinen Gedanken. Äh. Moment mal, jetzt hab ich es gar nicht mehr gesehen. Wo ist denn jetzt der Waschbär? Ach, Mensch. Hier sagt man, was man nicht im Kopf hat, muss man ein Bein haben. Genau, so ist es. Ich glaub, mein Waschbär ist weg. Oben. Ist ein Toton. Naja, egal. Was hab ich entdeckt? Auch ein Lagerfeuer. Da kann man auch schnell hingehen zum Lagerfeuer. Jo, manchmal ist man etwas verbeilt, ne? Fiff, fiff. Naja, ist nicht so schlimm. Oder man muss aber auch, wenn man jetzt was vergisst, ähm, dann nochmal zurückgehen. Das hilft auch manchmal. Zurückgehen nochmal. Und dann fällt einem das wieder ein, was man gerade machen wollte. Ne? Sag ich mal so. So, dann wollen wir mal gucken hier. Wo wollte ich jetzt hinlaufen? Wir wollten hier zum 75. Schritte 75 wollten wir laufen. Hm. Hm, 49 Schritte hätten wir noch zur Auswahl. Ach, da unten, oder was? Oh, hier. Scheiße, da hab ich den. Ja, ich hab ihn erwischt. Juhu. Mein Guter, komm her. Ich nehm dich mit. Danke dir. Danke dir. Fischkeiten waren auch mal gut gewesen. Mh, so, oder le? Ja, eben, ne? Praktisch. So wollte ich ja. Gleich gegrillt. Gleich was zum Essen. Ich hab dich schon erwartet, Deloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen. Verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Hm. Den Armen. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das... Das tut mir leid. Ja, mir auch. Hm. Hm. Was ging ich denn das sammeln? Ich finde, dass Ela immer so leicht unterwürfig, aber auch fragender Blick hat. Ich finde, ich gucke immer so, ähm, naja, mein Kind ist ja nochmal direkt ähm, so ein bisschen kindhaft noch und so ein wenig, ähm, 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 einen traurigen Blick zwischendrin noch. Ja, irgendwie so halt. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Na, unterwürfig ist ja ein bisschen dabei, ne? Denke ich. Schwert. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Hm, ja. Und jetzt? Und was jetzt? Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Das heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Hm. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schatten, Karja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ja, stimmt. Grafik ist schon geil, ne? Meine Füße, ach, saurig auch immer so. So, das haben wir jetzt hier schon mal. Hübsch erledigt. Und hier war ja noch was mit dieser Mühle, ne? Äh, ach nee, war dann mal blöp. Was ist denn hier jetzt noch? 5500, deswegen weit. Moment, lass mich mal schnell, mal schnell mal schauen. Ähm, hier ist noch ein bisschen kürzer hier. Die verhängnisvolle Erbe. Das ist vielleicht besser hier, ne? Erst einmal. Das kann man noch schnell mal machen. Dann kommen wir auch mal hier in eine neue Gegend. Und dann ähm, ich dachte, mein Kader kommt. Dann muss ich doch leider langsam ins Bett erhuscheln. das ist morgens schön ausgeruht bin. Uh, hat sich ein Großprojekt gewagt. Jawohl, nice. Oh, mein Hausfreund ist auch schon da. Na, komm. Hallo. Na, alles klar? Ballau, Ballau, hm? Der ist heute wieder ausgeflippt, hey. Fünf Minuten gehabt. Zehn heiß gewesen oder sowas. Meine Güle. Manchmal hat er echt fünf Minuten, ne? Und dann bin ich immer voll dran. Mein Arm mit der vollen Krattscher abgekriegt. Ja, die Arbeit, die denkt auch manchmal, das macht sie denn wieder. Alles Krattscher. Witcher 2 steckt gerade fest, Kiri, das suchen. Okay. Ach, 3, ja, ich will, ja, okay. 3, okay. Na, Witcher ist doch ein ewiges Projekt, stimmt. Da kannst du dich austoben. Genau, geh mit trinken mit Freunden und dann siehst, was passiert. So, machst das richtig. Wenn wir da, da müssen wir doch hin, ne? Ja. Oder? Da gibt dich zum Anwesen, genau. Bin gerade da, wo blödige Baron seine Burg hintergeboren hat. Okay. Na, ich bin da jetzt wirklich weit. Ich wollte erstmal hier ein bisschen wieder was zocken und dann irgendwann mal wieder, naja, wie wird schon. Zu viele Projekte auf einmal, ne? Ist halt das Resultat. Was soll's? Das hier? Ist alles nicht weit, ne? Aber eigentlich soll ich da hin, ne? Mal gucken mal, was da ist. Psst, wird das nicht anders gewesen, hier. Ist doch auch nicht schlimm. Man sollte ja das spielen, worauf man Lust hat. So schaut's aus. Was ist das nicht von Gebiet hier? Katze? Steht noch nicht da, was es ist hier, ne? ist jetzt aber auch noch das Beste, oder? Äh? Ach ne, das passt schon, ist nur dieser Weg hier, die Abgabelung, die mir gezeigt haben. Achso, mein Kader hat bestimmt Hunger und ich hab die Dinger abgedeckt. Hey, oder was? Komm her. hier. Hier, fällt mir gerade so ein. Schlavener. Steck das immer ab, sein Essen. In dem Sommer diese Fliegen rumflattern da. Das muss nicht sein. Ich hatte einmal, das hatte ich da hingelegt. Ich glaube, ein Stückchen Wurst oder sowas. Boah, da ist ein Brummer rumgeflattert. Und da hatte ich geguckt, ich denke, was ist das? Da hat er Brummer. Das waren bestimmt, sag ich mal, 30 solche Eierlarven drauf gesetzt. Ich dachte, Scheiße, ey. Wie schnell hat er denn was abgelegt, dieser Brummer, das da haben wir, oder? Echt gefährlich, eh. Hätte ich schon hier tausende kleine Brummer gehabt. Lecker, genau. Ne, ich hab's dann das Anwesen natürlich weggehauen, ist klar, ne? Ich denke mal, das muss das Anwesen von Ranamans Familie sein. Hier vorne ist irgendwas. Ich denke mal, das hätte nicht geschmeckt. Wächter. Mhm, mhm, mhm. Wächter. Psst. Jawohl. Ja, da hast du recht, die sind sehr wählerisch. was Futter angeht. Manchmal der Keifisch eine billige, billige Dose. Kommt ja immer drauf an. Ne, frisst das. Äh, was sind das hier noch? Uh, verwüster. hier ist alles voll, hier ist alles voll hin. Und manchmal, ich hatte drei Katzen, aber auch schon sehr lange her, ah ja. Also wie gesagt, manchmal da kaufe ich halt Futter, das mag der ja gar nicht essen, aber das habe ich jetzt schon einigermaßen raus. Also, Fisch isst er gern, Dudenfisch oder sowas. und wenn ich da jetzt mit was anderem ankomme, mit Rind oder so'n Geschmacki. Boah, das mag der ja gar nicht. Er lässt da stehen, ne? Guckt er das Ding an und halt wieder ab. Wir erledigen die Maschinen. Oh ne, da muss ich die ganzen Maschinen erledigen hier, oder was? Hm, meine Güte, ey. Ganzen Maschinen. Wo ist denn jetzt der Wächter? Äh, der Dingerisch? Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich leicht gesehen. Warte mal, ist der falsche Pfeil, oder? Oh, jawoll. Aua. Oh, bisschen, äh, bisschen bestroben und so'n Käse hier. Oh, was wirft denn da ja? Wow, Leute, Leute, Leute. was geht hier denn? Alter, verwall da. Obala. Sag, warum gehst du wieder nicht mal mit meinem Draht, Mann? wie heißt doch, Hunde haben ein Frausen, Herrschung, Katzen, haben die noch? Genau, ich hab das letzte gehört, dieses Buch, Herr Buch. Muss ich es nicht lesen. Fast wie ein MG, hat er wie, äh, viel Battlefield gespielt. Oh, da hat er zu viel Battlefield gesehen, das stimmt. Ha! Jetzt hängt er wegen am Baum hier. Das ist meine Chance. Zack. Das war mich ja fertig, hätten wir diesen Verwüster gekillt. Ich verliere gerade den Überblick. Hahaha. Ähm, ja, der hat jetzt einen Baum gehangen. Das war mein Glück jetzt für mich, sag ich mal. Nimm ich mein Feuer drauf oder mit hier. Ich hab ihr, äh, gekillt. Die olden Maschinen hier. So, ist hier noch irgendwas? Was ist das hier hinten? Was ist das für Rüche hier? Hallo? Was ist das Ding da oben? Ach, die sind Wartlau beim Waschbär oder irgend sowas. Oder wollen wir mal gucken, hier, wir haben das jetzt fertig, hier. Das machen wir jetzt so schnell. Wenn man einen Hund noch einen gibt, denkt er, die geben mir Futter, die müssen Götter sein. Gibt meine eine Katze Futter, denkt sie, die geben mir Futter, ich muss eine Göttin sein. So schaut's aus. Na, ich hab ja hier einen Kleingott, ne? Na? Einen kleinen Gött. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Wie dreht du das? Die Werkstatt. Äh. Hier blinkt irgendwas. Ist das eine Bombe oder was? Äh. Ach nee, Einzelfrequenz. Signal, okay. Ich mag Hunden, Katzen, das ist aber schön. Warte mal, sie will hier rein. Wie kommen wir jetzt hier rein? Moment mal. Ja, Moment mal. Habt ihr nie den Überblick gehabt? Na ja, dann ist er gut. so ist sie muss hier rein. Okay, das hat man ja festgestellt. Ähm, Moment mal. Ah, Überblick. Manchmal verlieren wir auch einen Überblick, ne? Verlauter. Viechern, hier ist doch ein Seil. Warte mal, kann ich hier irgendwie hochhüppen? Hey, Leute, du müsst hier irgendwie mal irgendwie irgendwo hier ist noch ein Baum. Geh mal auf ein Baum. Geh mal her. Können wir das machen? Geht denn das hier so? Ja, das geht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Du kannst vielleicht noch mal raus, wenn du willst. Mister. Hä? Mister Gott. Geh doch mal auf hier. Könntest du mal bitte hier draufbleiben? Jetzt haben wir es doch. Superfekt. Okay, jetzt gehen wir hier ans Seil. Schwingen uns mal den rüber hier. Hopp. Nein. Es stand jetzt hier. Moment mal. Ach, Tür öffnen. Verschlossen. Man muss da hineinkommen. Oh, Loid, ich bin gerade dabei. Ich war gerade dabei gewesen hier. Ich sehe da nur Eloi, die sich durch die Welt kämpft, warum auch immer. Ähm. wo auch immer. Ähm. Warte mal, ich sage irgendwas. Weil. Naja, sie suchte ihre Mutter irgendwie. da war doch was gewesen mit ihrer Mutter. Was ist da? Hä? Das weißt du, manche mal, da hupft sie sonst wo hoch und hier, da macht sie keine Ansichten hier. Genau, die sucht ihre Mutter, die sucht eine Erklärung irgendwie für ihre Mutter. Irgendwie war da was. Dafür gibt es ein Wohnermeldamt, jawohl. Haha. Und die UC-Fahrer ist ja, ähm, umbekommen. Und jetzt will sie raus, oh, guck mal hier, ein Bug, rausfinden, warum. Ähm. Warum, wie und was. Die Feinde halt, ne? Und irgendwer will sie halt umbringen. Oh, Gott, schuldet. Gucken wir jetzt nochmal hier, oder was ist denn jetzt hier? Ich denke, mit dem Baum, das war schon ganz gut, aber Problem war halt, wir sind abgestürzt. Ach, hier, guck mal, guck mal hin hier, was habe ich denn da entdeckt? Ja, schau an, schau an hier. Ich glaube, das Einwander-Meldeamt hatte, gerade zu diesen, ähm, dieser Eröffnung des Spiels, Urlaub. Ich glaube, da haben wir jetzt schlechte Karten. Wenn wir nicht mal. Und runtergehen. Wupp. Das wird sein, ja, Urlaub, ne? Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Ah, das kann sein. Was da ist das Gerät? Okay, da stellt das Signal ab. Aber, das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. Okay. Suche das Anwesen. Jo, da würde ich sagen, hier machen wir es nächstes Mal weiter bei der Suche des Anwesens. Und der vielleicht hat ja bis dahin auch das Einwander-Meldeamt auf. Pff, wir schauen mal. Okay, dann, äh, danke fürs Reinschauen. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal und good night und, ja, hab ich wohl und schöne Pfingsten, falls wir es nicht mehr sehen, aber ich denke, das können wir schon mal noch machen hier, Nochmal. Gut, je nachdem wie es passt an der Zeit und so. Achso, muss ich jetzt trotzdem zu irgendeinem Lagerfeuer? Äh, ich muss, glaube ich, ich muss zu irgendeinem Lagerfeuer, ne? Äh, ne, das ist ja Mist jetzt, oder Leute? Das ist jetzt aber Mist. Moment mal, da müssen wir jetzt hier, das machen wir jetzt halt noch schnell, tut mir leid. Weil, wir müssen ja jetzt zu einem Lagerfeuer, wir können ja nicht speichern hier. Guckt, geht ja hier nicht. So eine Scheiße, oder, mit diesen Lagerfeuern, Oma? So geht's nun auch nicht, genau. Ha, ha. Haben wir doch jetzt schon 10.000 Mal gesehen, das Gerät hier. Hm? Auch gehört vielleicht, dass da drüben wieder zu, das Anwesen? Da ist, äh, ein Mensch. Ja, das haben sie halt blöd gemacht, ne, dass man hier nicht zwischendurch schon mal speichern kann, ne? das ist schon Olber, bisschen Olber. So ist es, oder raus, mein Freund hier. Äh, warte mal. Sind die Lagerfeuern nicht, ja, eben, ich wollte gerade gucken. Hier unten ist eins. Hier unten ist eins. Das setzt man mal einen Wegpunkt hin, da kann man ja hinlaufen. Und dann, äh, können wir ja das nächste Mal wieder hierher laufen. Und wieder das Anwesen untersuchen, So. Machen wir das. Und nicht anders. Das ist eh gerade Sturm hier. Wir müssen. Wir müssen. Ah, ah. Also, ich meine, hier im Gämes Sturm. Oh, ich gebe es da aus den Todhähne, hey. Ich werde denn schon mal einen Wegpunkt auf das Anwesen sitzen, dann vergisst man das nächste Mal nicht. Haha, wer wollte aufhören, genau. Wollte mich noch weg aufwärmen erst, Expressend, aufwärmen. Aber jetzt, äh. Nee, nee, das vergesse ich nicht. Das, äh, das Beste ist ja markiert. Jo, dann bis zum nächsten Mal aber jetzt. Ciao und good night und viel Spaß bei irgendwas. Ade. Tschüss.